Marianne, ein kleines bisschen muss ich noch. Ja, ein kleines bisschen muss ich noch Turn fahren hier heute. Kleines bisschen. Ist ja erst um. Fokussiert nicht, der Bruder hier. Oh, na klar, hallo. Na wie ist? Oh, 13.54 Uhr. Früher konnten wir nicht oder was? Ganz schön kalt, Alter. Das ist ein Donut, Alter. Oder ein Schwimmring. Ein Schwimmring für ein Schwimmring. Was ist los, Alter? Ja, warum, ne? Sind das die Models heute für unsere Klamotten? Ja, genau, genau. Los. Ja, hier. Geht ihr umziehen? Ne, lass mich erst mal umziehen. Ist kalt, Alter, außerdem. Schweinekalt. Hallo, noch nix ein. Noch nix ein, mein Freund. Nix. Ne, ich mach nix. Ich mach nur unten. Du machst nur die Beine. Nur die Beine. Hättest du dir mal kurze Hose anziehen können, dann wäre es lustig geworden. Ha, 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 ha. Hast du ein Antifa-Aufkleber da auf dem Arm? Mach mal die Jacke runter. Ach ne, es sah gerade so aus, als wenn das so ein Antifa-Ding ist. Ach, komm mal. Das wird nix, das wird nix. Ja. Nein, warte noch mal raus. Nein. Weißt du, was das Beste ist? Ich brauch die nicht zusammenspannen, wenn ich die gerade reinschiebe. Ach so? Was vom Himmel oder was? Schleif's nicht, guck. Ja, warte. Du musst dir mal aufpassen, dass ich noch nicht, dass die Chor zeigt. So wird das Fotoshooting gemacht hier. Oh, fuck in my ass. Itz, itz. Jawoll, schön. T-Shirt vorne auf Anschlag. Das läuft aber wieder. Wie Holumpi wieder. Ja, man. Leider auf dem Video kommt es gar nicht so geil, obwohl es geht eigentlich. Mal gucken, wie es nachher auf dem Laptop aussieht. Oh, meine Stimme quietschen. Ah! Ich heiße, mich四ät посмотреть. Oh, 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 oh Und wie lief's? Geil, ist mehr als geil heute. Eigentlich sind wir einfach. Total geil, total geil. Ja, guck doch. Eben, Jungs, lebt sogar im Radkasten. Ich mach da noch eine Kabel. Kabelbinder? Ne, ich mach da noch eine Schraube. Wenn die wegfällt, dann hat er Pech heute. Dann kann ich jetzt zusammenpacken. Was siehst du? Ist geil. Ist wirklich geil. Sagst du den neuen Orthesen super? Ja, ich merke die Orthesen nicht, sagen wir mal so. Ist okay. Hat sich das jelter Höhle und schon mal. Ja, danke nochmal. Brustpannter so geil? Ja, ist schön angepasst jetzt. Das war gut. Das war die Hauptsache. Sag mal, ey, geile Klamotten, ey. Speed? Von Speed hab ich schon mal gehört. Und Style. Speed und Style, ja. Speed, ach, Speed in Style. Ah, Speed, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Was ist los, Hotte? Was ist denn da? Social Media. Media, media, media. Social Media. Ey, schön, Emilia. Schön, Emilia, Alter, geil. Hey. Sag was mir, Bock. Ich hab eigentlich ganz gut Bock, ja. Ich bin echt froh, dass das Wetter sich doch mal so entwickelt hat. Ist so, eigentlich sind wir angekommen, hat es geregnet, wo du angekommen bist, noch? Ja, noch leicht getropfelt, allen zwei Tropfen, ja. Weil du hergefahren hast, hat ja auch noch geregnet. Eigentlich solltest du erst um 17 Uhr heute rausziehen und dadurch, dass das so windstill war, hab ich gedacht, hm, das fahrt heute, Musik, morgen fahren, aber alles richtig. Kann ich heute Abend mehr schön ein hinter der Figur drücken. Nicht nur du. Du auch? Ich auch. Ne, ne, ne. Sind ganz schön tot, ey. Ja, wartest du mit dem neuen Dekor jetzt hier? Ja, hab ich schon zu Hause liegen. Lange Hause hier liegen. Aber, hab auch keine Zeit hier von da umzubusteln und eigentlich muss da ja auch Mirko kleben. Mirko Wegner, Grüße gehen raus an dich. Der hat das letztes Jahr so gut gemacht, guck mal, hält der immer noch super alles. Ja, ja, ja. Kranken kannst du, ne? Ja. Ich habe auch den besten Kanister EU-West. Was? Ich habe auch den besten Kanister EU-West. EU-West. Verstehst du? Ne. Ne. Marianne, ein kleines bisschen muss ich noch. Ja, ein kleines bisschen muss ich noch Turn fahren hier heute. Kleines bisschen. Kleine, aber nur. Ist ja erst um 20. Klock. Nanu, fokussiert nicht, der Bruder hier. Brudi. Brudi, fokussier mal. Da, 15 Uhr. Oh, 20 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 Uhr. . 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 Wo ist da? Wo ist da? Da ist da. Achso Leute, bald ist wieder unser Shop online. Da haben wir ein paar coole neue Sachen drin. Vielleicht ein bisschen verfeinert, auch vom Klamottenstoff her. Ein bisschen bessere Qualität nochmal auf andere Aufdrücke. Und wir haben nachher auch nochmal... Warte, wir machen jetzt so einen coolen Schnitt. Ich hab jetzt einfach alle hintereinander an. Das sind unsere neuen Logos, die wir so mal ein bisschen präsentieren wollen. Ein bisschen großen Aufdruck hinten. Ich finde das immer ganz geil mit einem großen Aufdruck. Oversides auf jeden Fall. Das ist jetzt eine XL. Eigentlich geil. Und ich finde gerade diesen Pulloverstoff sehr sehr gut, muss ich sagen. Das ist jetzt einer von mir auch eine L. Und ist mal eine neue Idee gewesen. Gucken wie es ankommt. Kann man geil finden, muss man nicht. Ich fand es eigentlich ganz cool. Hat was. Warte mal. Bleib mal nochmal so mit dem Rücken stehen. Ja. Geil, Alter. Geil. Ja, schön hochkant, Alter. Wir machen ein Video. Schön hochkant die ganze Zeit. Alles hochkant filmen, Hansi. Wir haben uns das so überlegt jetzt. Wir machen vielleicht alle zwei Monate, einen Monat immer so einen Jobdrop. Der läuft dann eine Woche, ne? Der läuft dann eine Woche. Und dann wollen wir genau solche speziellen Logos, sag ich jetzt mal. Also nicht das typische, was wir da hinten hatten, was wir sonst immer hatten. Das typische Logo. Warte mal, zeige ich nochmal kurz. Das ist ja unser typisches Logo, was wir haben. Die wird es immer geben. Aber das sind so eine Special Edition, die wir mal einfach raushauen mit rein. Oder so eine Limit Edition. Ja, genau. Die aber eigentlich erst bekannt gegeben werden, wenn das draußen ist. Also das ist jetzt ein kleiner Vorgeschmack hier. Ne, das Video kommt danach. Meinst du? Ja. Polnisch Transporter. Polnisch hier immer aufmachen. Hier immer klick, klick. Geier da. Ne. Hansi hat einen Wildschaden gehabt. Deswegen muss er die Delle rausdrücken. Schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr das Dekor findet. Viel besser. Ja. Haut mal raus, was ihr zu dem Dekor sagt. Also ein bisschen, also es kommt nicht ganz drüber das Rot, muss ich sagen. Irgendwie ein bisschen dunkel sieht es auf der Kamera aus. In echt sieht es ein bisschen heller aus. Aber trotzdem, ich finde es geil. Aber ihr könnt ja mal sagen, ob die Sitzbank weiß bleiben soll. Rot oder? Rot. Rot. Weiß. Rot. Weiß. Rot. Weiß. Rot. Weiß. Rot. Weiß. Weiß. Rot. Rot weiß. Ja. Ja. Und … weiß-rot. Sind wir uns noch mal ehrlich? Eineinmal fahren? Eineinmal fahren? Ist aber zu sehen. Nein. Ja du fährst doch auch eine richtige Klemmerhandsicht. Nein. Ich fahre immer so. Das shirt mir hier. Sie sehen, meine Sprünge vorne Alter? Wir machen noch schnell Verabscheuung. Ja, war ein kurzer Auftritt, war ganz spontan, dass wir heute Donnerfahnen gewesen sind. Wahnfahren. 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 Ja, weil es heute eigentlich schiffen sollte, wie sauber. Es hat doch geregnet, aber es war doch noch grenzfrie alles. Falls ihr euch fragt, warum jetzt wieder Ewigkeiten kein Video kam. Ich habe mir den Fußball im letzten Mal verletzt, wo wir filmen wollten. Michi hatte sich die Schulter verletzt bei der Arbeit, weil er ist ein schwer arbeitender Mensch. Und dann haben schon die Rennen angefangen. Ja, bei der Rennen ist es schwierig halt mit zwei Mann, wenn ich das Motorrad mache. Hansi fährt nun mal da irgendwas zu filmen und alles. Es ist ein bisschen schwierig momentan. Marvin lebt aber auch noch. Hey, Marv. Ja, grüße ich raus an Marv. Bla und bla und bla. Keine Ausreden. Gut, Leute. Immer der Gleiche. Aber wir haben Bock trotzdem noch. Jetzt geht es alles wieder los. Wir haben neue Dekore. Wir bringen ein neues Match raus. Jetzt geht es vor. Der Sommer kommt. Es wird geiles Wetter. Und wir bringen bald Winterjacken raus. Jawohl. Da ist die Kamera schwer. Ja, Leute. War eine schöne Trainingssträge. War wirklich geil. Leider habe ich keine GoPro bei gehabt. Das wäre heute, glaube ich, nochmal geil gewesen. Es war wirklich Porno. Aber richtig geiler Boden, ja. Ich versuche es der Beste daraus zu machen. Ja. Und dann sehen wir uns. Das nächste Mal. Ja. Das wieder heißt, wir fahren Motorrad Cross. Vollcross. Vollcross mit PF und T. Hau rein, Leute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tsi Kowski. Tschau. Tschüss. 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 Tschüss.